Hinauf Patrioten, zum Schloss, zum Schloss, hoch flattern die deutschen Farben. Es keimet die Saat und die Hoffnung ist los, so einbinden im Geiste wir garben. Es reifet die Erde mit goldenem Rand und die goldene Erd ist das Vaterland. Heute feiern wir heute sein Fest. Lassen wir uns feiern, dass es dieses Vaterland noch gibt. Und lassen wir uns zeigen, dass wir für dieses Vaterland einstehen. Ein Grupp bezorgte Duitsers verzamelt sich auf ein Parkierplatz. Onder leiding von CDU-lid Max Otte, lopen sie mit in ein Mars nach dem Hambacher Kasteel, ein historisch betekenisvolle Platz. Sie wollen wieder, zonder schuldgefühl, trots sein auf ein Land. So viele deutsche Fahnen, das macht die Holländer Angst. Ein Land braucht positive Symbole. Und dies ist das Symbol sowohl der Bundesrepublik als auch der Weimarer Republik, als auch der Freiheitsbewegung im 19. Jahrhundert. Das ist eine durchaus grundum positiv besetzte Fahne, die für Freiheit steht, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit. Wie groß sind die Sorgen über Deutschland? Sehr groß. Sehr groß, weil wir die Rechtsstaatlichkeit sehen wir bedroht. Wir sehen die Meinungsfreiheit zumindest teilweise bedroht. Wir sehen auch den demokratischen Prozess eingeschränkt. Also, das sind schon sehr große Sorgen. Um trots zu können sein auf Deutschland, müssen die Organisatoren rund 100 Jahre überslaan in der Zeit. Die verwijzing nach dem Hambacherfest von 1832 ist unverdacht, weil da mit einem großen Volk aufstand für mehr Freiheit, der Grundstein ist gelegt für die Duitse Demokratie. Warum haben Sie patriotische Gedanken? Weil mir die Politik in Deutschland im Moment überhaupt nicht gefällt. Ich bin da nicht mit einverstanden. Und deshalb versuche ich das zu zeigen, wo ich nur kann. Es wird verschwiegen, dass wir eine Kultur in der Zuwanderung haben mit dem Islam, die eben in vielen, vielen Fragenstellingen nicht vereinbar ist mit dem, was wir als aufgeklärtes, demokratisches, freiheitliches Deutschland verfolgen, wovor wir stehen. Auf dem Kasteel verzentmen sich die Sprecher von verschiedenen Parteien. Großte Zorg, Merkels Flüchtlinge-Politik. Hauptgast ist die SPD-er Thilo Sarrazin, der Mann, die schon acht Jahre vorhin mit seinem Bestseller Deutschland heftig auf, versuchte für die Folgen von Islamisierung. Die Veränderungen und Gefahren, die ich damals beschrieben, werden heute immer deutlicher. Und die politischen Antworten darauf werden immer fahriger und immer hilfloser. Hat Deutschland aufgrund der Vergangenheit Probleme, sich dagegen zu äußern, gegen den Islam, gegen andere Völker? Es bestehen dabei viele Menschen, die sich bei uns äußern, das sind besondere Hemmungen, das ist richtig. Aber man muss die eigene Vergangenheit dort annehmen, wo sie schlecht ist, und sagen, das war schlecht, dafür schämen wir uns. Ebenso wie sich, ich sag mal, Holland für seine koloniale Vergangenheit, ja, ebenfalls teilweise schämt. Und trotzdem muss man die, also Zukunft, dann auch die gestalten was da notwendig ist, und dadurch wird die Vergangenheit dabei nicht behindert. Buiten het kasteel stuiten de trotse Duitsers op bezorgd verzet. Wir wollen Frieden, wir alle, wir wollen Frieden, wir alle, wir wollen Frieden, 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 Frieden und Frieden. CDU und AfD sind hier teilweise Hand in Hand. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, dass es Kreise in der CDU gibt, die sich öffnen wollen für die AfD. Und das halte ich auch für unsere demokratische Gesellschaft für sehr, sehr gefährlich. Ist das auch das Ende der Ära Merkel? Das sind die Leute, die das Ende der Ära Merkel einläuten wollen, ja. Aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, bist du da hoch. Aber ich schrei ho, aber ich schrei ho, aber ich schrei alleweil, bist du da hoch. Das größte Unglück für Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten war Angela Merkel. Weil? Weil Angela Merkel alles falsch gemacht hat, was man als Kanzlerin falsch machen kann. Einwanderungspolitik, Energiepolitik, Euro-Rettung. Sie können in jedes Politikfeld gehen. Frau Merkel ging es immer nur um den eigenen Machterhalt. Sie hat diesem Land sehr, sehr, sehr massiv geschadet. Sie hat diesem Land sehr, 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 sehr hart. Das ist ungefähr, ca. 1% von den insgesamt des Taking DetailAmser Examples Das sind. Ich denke, ob eine andere Reinde besondere Medizin ist, dass es ein Taboo wird durchbrochen. Ihr sieht, dass CDU-erste Gabby als AfD-erste heißt. Äsens haben wir noch nicht wieder. Das drinsteht in diese reeks Taboes die lope Periode wurden durchbrochen. Ein paar weken zu beckeln, ein pequei Infobis, Unterohjorta von Intellectuellen, der Kunst, Schreiber, Artsen, ein Manifest betekend gegen Merkels Flüchtlinge-Beleid. Das zagen wir auch nicht erst. Und Merkel hat sich bei der Vormung von ihrem Kabinett gezwungen um eine sehr große Kritikaster von ihr, die conservativen Jens Spahn, um die nicht weg zu promoveren, aber um ihm ein Platz in dem Kabinett zu geben. Das sind alle tekenen davon, dass das Geluid von dieser conservativen Stroming in Deutschland eigentlich immer noch schneller klinkt. Ja, aber in hoeverre zet das dann der Position von Merkel daudwerklich unter Druck? Ja, ich denke, dass ihr in ihrer eigenen Partei langzaam mehr von kann sprechen. Und vielleicht noch wichtiger, in ihrer eigenen coalitie. Das kommt dann wieder durch die deelstaatverkiezingen, die in den Süden des Landen kommen, in Beieren. Daher versucht ihr Zusterpartei, CSU, mit alle machten AfD von sich ab zu stellen. Das tun sie durch nach rechts auf zu schuiven. Das ist etwas, was ihr nicht allein in Beieren merkt, aber auch hier in Berlin merkt. Das findet ihr coalitiegenoten SPD natürlich buitengewoon onprettig. Das zorgt für wrijvingen in der coalitie. Und in die zin denke ich, dass Merkel de komende Periode echt alle zeilen muss beizetten, um links und rechts bei elkaar zu halten. Helder, danke. Dankjewel, Jeroen Bollars vanuit Berlijn.